Hallo ihr Lieben, Minecraft Freunde und willkommen zurück! Yay zum Let's Play! Yay, 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 yay. Ich bin schon wieder in den Ferien. Ist darum, glaube ich, mit mir. Es ist doch einfach unglaublich. So. Die Vogt. Hehehehe. Ja. Letzte Folge wollte ich ja die Fischerhütte bauen. Nein, diese Folge, sie bauen so herum. Letzte Folge habe ich gesagt, ich baue sie, und jetzt baue ich sie. So. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Tschüss. Nein, Spaß. So. Ich mache immer wieder ein bisschen Space. To work. Nicht to twerk. To work. Aha. Bist du jetzt aber. So. So. Ähm. Ähm. So. Es soll noch natürlich aussehen, was sehr schwer ist. Es ist so hart. So hart. Es klingt so behindert. Es klingt so behindert. Es klingt einfach so behindert. Sorry. Es klingt einfach so behindert, sorry. Ich bin ja so dumm. Und ich wundere mich. Ich wundere mich. Ich würde gerade schon sagen, warum ist es hier so fad. Ne, das machen wir. So. So. Schon besser. Ich bin ja so dumm. Sorry. Wir sind die ersten zwei Minuten gerade mal ohne Musik gewesen. Wegen fehlender Kompetenz. So. Die sind laut. So. Schon besser. Ja, sorry. Wegen fehlender Kompetenz und wegen fehlenden IQ sind jetzt leider nur die ersten zwei Minuten an der Musik. Wozu sagen, schäme ich mich sogar ein bisschen. Ein bisschen. Sehr super. Hier noch ein Kumpel dazu. Wulie kann er sehen und hier ja gut. Nun. Nein. Fast aber. Hallo. So. Und zwar in Holzstufen. Äh, da. So. Jei. Ich muss mich mal ganz kurz anders hinsetzen. So geht das nicht. Ups. Bin mir im Sessel gegen den Tisch gehauen. Was mach ich denn da? Was mach ich denn da? Ach ja, um alle vorzuwarmen. Ab der nächsten Folge mach ich wieder eine Aufnahmesession. Heißt, ich nehme an die vier Folgen am Stück auf. Also, bitte nicht wundern. Bitte auch nicht wundern, falls ich mal keine Verabschiedung oder sowas mache. Das fällt mir halt selber immer schwer. Ja. Du 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 du. Ich hab da immer das Verlangen mitzusehen. Was haben wir hier jetzt wieder gemacht? Hä? 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 Ich kann ja gar nichts. Hm. Ich probiere mal was Neues. Kommt zumindest so in einer Fischhütte gleich. Da will ich eigentlich ja am liebsten sowas wie Clausten oder sowas drin haben, aber naja. Hm. Ja gut. Ne, das mache ich irgendwann anders. Das werde ich... Genau, da stelle ich mich einfach da so voll aufs Haus irgendwann. Und werde... Ne, ne, ne. Ihr liebt es doch alle Timelapse machen. Und ein bisschen von dem Berg her abtragen, damit ich hier so den See erweitern kann. Ach ihr liebt es doch meine Timelapse Aufnahmen. Ihr liebt sie nicht. Was ist Verstörende? Was oder ich? Naja. Na los, los, los. Yes. Und ich kann auch nicht zählen. Füllt mich da drauf. Jetzt sollte man in der Grundschule gelernt haben. Wie mache ich das jetzt? Hm. Hab ich mein Handy da? Ich hab mein Handy nicht da. Mist. Okay, ein Moment. Nein, Kraft. Nein, Kraft. Nein, Stink. Okay, die machen den alle aus Holz. Okay. Dann werde ich den auch so aus Holz machen. Und mein Holz ist alle. Ja. Ja. Kommt vielleicht doch ein bisschen so großer Brutstück für so ein kleines Haus. Ich glaub den mach ich zwei breit. Ja, der macht mich zwei breit. Ja, der macht mich zwei breit. Ja, der macht mich zwei breit. So, weg damit. Komisch. Unter Wasser ist es heller als draußen. Aber ich mag diesen Schäler mit dem Wasser. Weil ich kann mal ganz kurz einen Vergleich zeigen. Äh. So is ultra. Jetzt hab ich da die 1.10.10. Na wurscht. Da. Das ist das Wasser bei So is. Wie? Ich... Ich klicke mich mal ganz kurz schlafen. Aber die Fackeln sehen da für ja so nicht cool aus. Ich dachte, dass man Shader nicht komprimieren kann... Also so zusammensetzen kann. Das wäre richtig cool. Bei Texture Packs weiß ich, dass man das kann. Aber das sind ja auch nur Bilder. So. Und die Sonne ist...ja geht so. Oh, das Wasser ist halt so, naja, so betrachtet ist es cool, aber es wird dann aus der Nähe, nee. Mal schauen, was habe ich eigentlich noch für ein Shader? So, das Ultra. Ach, der 2.0 Ultra wäre... Ja, hm, doch im Wasser einfach so. Hm, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall ein schöner Shader, aber... Nee, ich bleib bei dem. Da gibt es dann wenigstens auch nicht so arge Probleme mit den Schatten und sowas. Hm. So, was kann man noch machen? Lass ich mal so stehen, bis ich den da abgetragen habe, so in der Art. Wie soll ich...ja komm, Yolo, wir machen den ganzen Berg weg. Hashtag Yolo. Hashtag Yolo. Ich setze einen neuen Trend in die Welt, Hashtag Yolo. Ziemlich unnütig, oder? Haha. Wieso habe ich eigentlich nicht gleich die Tür verwendet, ich würde. Wenn ich schon extra eine habe. Und weil es gerade so schön ist, gehen wir mal runter zur Mobfalle und aktivieren die Mops. Die Mops. Die Mopse. Ich Mops dich. Lol. Tollololololol. Warum sage ich das eigentlich, das ist eigentlich irrsinnig dumm. Und da wollten wir auch irgendwann weiter bauen, haben es aber nie gemacht. Und irgendwo, ich glaube dort hinten, irgendwo sind andere Spawner. Ich verirre mich jetzt hundertprozentig. Ich würde mich verirren. Ja, ich verirre mich. Ich kenne das Höhlen-System schon gar nicht mehr. Weil ich schon lange nicht mehr da war. Aber wir bauen hier mal so ein bisschen weiter. Ungefähr weil ich gerade da bin. Wieso? Ich habe keinen Plan mehr, was ich hier machen wollte. Also ich weiß es noch ganz grob, aber... Ich wüsste jetzt nicht, warum ich diese zwei Seiten da gelassen habe. Oder? Ach natürlich. Ich bin blöd. Ja, ich bin geistig behindert. Das weiß ich. Nichts gegen Behinderte, nur was gegen mich. Oder ne, machen wir es doch so? Ja, ja. Ja, toll. Hashtag YOLO! Ich mag das mit diesem Hashtag überhaupt nicht. Aber ich verwende es trotzdem. Irgendwie kontraproduktiv. Aber jetzt hole ich mir erstmal Wasser eimer. Du, 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 du! Lauf, 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 lauf! Alter! Boah, ist das anstrengend! Was musst du essen? Schnell! Ich hab Zeitdruck! Tomate! Schnell! Da sind die Eimer! Da sind die Eimer! Brauch noch einen! So, jetzt schnell rum! Einen Wassereimer holen! Schnell, die Zeit drängt! Wir müssen uns beeilen! Wassereimer geholt! Und nach unten! Beheilung! Tomate! Schneller! Wir müssen uns beeilen! Die Zeit drängt immer noch! Dramatische Musik! Schnelle Musik! Schnell! Bevor die Zombies uns holen! Und die Skelette es brauchen können! Schnell! Aus! Wasser! Nochmal Wasser! Hinsetzen! Hinsetzen! Los! Los! Das muss schnell gehen! Mist, jetzt habe ich es geschafft heißer zu werden! Verzeihung, dass ich gerade reingehustet habe, aber... Ja, ich bin leicht heißer geworden! Verdammt! Hallo? Schwimm! Ich komme nicht nach oben! Äh... 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 Da geht's! ... und dann wieder nach oben. Da hilft doch die dramatische Massierung nicht mehr. Da ist jetzt einfach nur noch Fahrt. Oh, Verzeihung. Ich musste mir ganz kurz raus verkneifen. Was nicht. Du 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 du. So. So allerdings für die Aufnahmesession dann gleich hole ich mir Wasser und sowas alles her. Ansonsten überlebe ich das nicht. Dann kollabiere ich vorher. Äh. Nein so geht es nicht. So. Ja. Oder? Als Dungeons? Ne. Essen trinken. Bring uns den Baum. Nein. 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 Wo ist das? Das ist das Arial. Nach oben. Äh. Huch. Weg du Zombie. Weg 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 weg. Steck. Da war ein Zombie. Das ist aber eine Frechheit. Du war einfach ein Zombie. Puh. Süß. Äh. Ich vergesse doch auch alles. Da musste ich jetzt allerdings. Äh. Jetzt sollte ich da schnell in Neta wegen Lava. Aber. Aber im Neta habe ich nicht wirklich einen Lava Spot. Verdammt. Ich habe im Neta ja nicht wirklich einen Lava Spot übrig. Ach. Ach. Geh. Ja. Jetzt soll ich den Jail ausschalten. Joa. Warte. Ich gebe das Wasser runter. Oh. Geht ja gar nicht. Ach komm. Ich baue mich da jetzt mit der Erde mal rüber. Ganz provisorisch. Ganz provisorisch aber wurscht. Und irgendwann bauen wir uns hier wirklich was ganz schönes auch. Eine Sauna. Höhöhöh. Voll witzig. Das ist jetzt eine lächelige Kacke. Eine Sauna. Höh. Und er baute sich. Über den Abgrund. Voller Feuer. Und Lava. Wo Monster auf ihn warteten. Um seine Haut zu essen. Der Held. War drüben angekommen. Er ging in den Graben. Und sich zwar ins Brechen. Autsch. Was mache ich hier für Kacke. Alter. Ich versuche jetzt. Ey. Ich bin recht behindert. Also ich habe hier wirklich nichts gegen Behinderte aber. Was gegen mich. So. Dann sieht das nicht so hässlich aus. Okay. Das sieht halt hässlich aus. Ach. Ich dachte da oben wäre ein Gas. Das war nur Glowstone. Yay. Unser erster Neter Stein. Ich könnte jetzt noch Quarz mitnehmen. Aber ne. Ich lass es. So. Oder wir gehen mal Neter Festung erkunden. Ich meine es sind zwar schon wieder. Äh. 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 Yay. Gold, gold, gold. Du du du. Du 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 du. Du 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 du. Du. So. Es sind zwar jetzt schon wieder gute 20 Minuten. Aber was ist mir egal. Nein. Was ist denn das für Kacke. Die Sache die Welten. Äh. Es hat sich fehlgeneriert. Hä? Äh. Äh. Gut. So ist es blaze. Spawn. No. Äh. Tschüss. Hallo. Kacke blaze. Komm, 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 komm. Okay. Tschüss. Oh. Schuss. Autsch. Stirb. Mhhhh. Hhhhh. Kacke! Nein. Was mache ich hier? Kacke, nein. Ich muss hier weg. Nein, was mache ich? Boah, Junge, bin ich blöd. Nein, warum bin ich nur so blöd? Ja, genau. Geh weg, 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 geh weg. Boah, Alter. Und da ist noch eins, oder? Nein. Was ist da noch eins? Verpiss dich. Und ein Gas, natürlich. Warum denn auch nicht? Verpiss dich. Oh, tschüss. Bitte, 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 bitte Ah, yes Ah, genug Action für heute Ciao, liebe Freunde